Heute ist Sonntag, der 13. Oktober 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Pünktlich um 10 Uhr das Ü-Ei bzw. Kinder-Joy-Ei des Tages. Am Nachmittag sehen wir uns natürlich im großen Sonntagsvideo. Heute habe ich wieder ein Kinder-Joy-Ei der Jurassic World Serie für euch. Ich bin gespannt, was enthalten ist. Wenn ihr mal ein ganzes Display, 24 Jurassic World Eier sehen wollt, schaut in unsere Playliste, denn davon haben wir auch bereits ein Video. Bilder der Dinos findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Jetzt geht es aber los mit dem Kinder-Joy-Ei für heute Sonntag, den 13. Oktober. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Für heute wieder. Wir sehen uns morgen hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Seid auch morgen wieder mit dabei und natürlich heute zum großen Sonntagsvideo. Alles Liebe, bis später. Euer Stefan von Unser Sammler-Team. Macht's gut, ihr Lieben.